Tag zusammen, ich begrüße euch zum Transfercheck. Heute geht es um Roman Weidenfeller und dem BVB. Und zwar hat Weidenfeller das Duell um die Nummer 1 gegen Roman Bürki verloren. Und jetzt stellt sich die Frage, wird sich Weidenfeller für ein Jahr auf die Bank setzen bei Dortmund, beziehungsweise vielleicht mal im Pokal und im Europa-Pokal spielen, oder wechselt er vielleicht sogar nochmal? Denn nach unseren Informationen soll es Anfragen aus der Premier League geben. Und somit hat Weidenfeller theoretisch zumindest nochmal die Chance, für zwei Jahre sich im Ausland zu empfehlen. Nochmal Jogi zu zeigen, dass er unbedingt bei EM dabei sein will und vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Was meint ihr? Sollte Weidenfeller sich England antun? Passt Weidenfeller zu England? Passt England zu Weidenfeller? Schreibt sie in die Kommentare, wir freuen uns drauf. Ansonsten ist morgen Tim oder Philipp wieder da. Wir schauen mal. Haut rein.